Unsere Europakandidaten werden Garanten für eine Politik sein, die getragen ist von einer tief empfundenen Achtung für alle europäischen Völker. Und diese tief empfundene Achtung, sie erwächst uns aus dem reinen Herzen unserer Partei, dessen höchstes Gut die Liebe zum eigenen Volk und die Liebe zur eigenen Nation ist. Und das können und das kennen nur wir als AfD. Denn nur wer die Liebe zur eigenen Nation kennt, kann glaubhaft die Liebe anderer Völker und Nationen zu sich selbst anerkennen und achten. Diese emotionale Bindung unterscheidet die Patrioten Europas von globalistischen Mehrwertfetischisten und linken Hetzern, denen alle Nationen Europas verhasst sind und die sie deshalb in einer bürgerfeindlichen EU auflösen wollen. Und darum werden auch die europäischen Patrioten immer stärker. Und diese Europawahl wird die Europawahl des Patriotismus in Europa.